Und wir haben einen Angriff, das heißt, wir greifen an. Ja, nur mit einem Churchill 7 anzugreifen ist wie, naja, mit einer Schnecke einen Marathon gewinnen zu wollen. Ne, nicht Marathon, aber beim Langlaufen, ich meinte einen Sprint. Ja. Ja, also, verkackt. Ja. Diese Panzer wurden ja auch nur gebaut, um die Infanterie zu unterstützen und beim Infanterieangriff mitzufahren. Und nicht um, wie bei den Deutschen... Ja, das schaffen sie mit Bergaufschritttempo, schaffen sie das ja auch. Ja klar, das... Irgendwie bugt meine Kette gerade rum. Die dreht sich falsch. Naja, ist ja egal. So, da runter. Ach, ich konnte ja eigentlich abschießen. Naja, jedenfalls nicht wie bei den Deutschen so bei den Panzer 3 oder Panzer 4, die sind ja relativ schnell. Die waren ja dafür gebaut, ohne Infanterie vorzufahren und anzugreifen. Was sich ja dann in Frankreich auch gezeigt hat, dass das sinnvoll ist. Weil die ganzen französischen Panzer waren ja alle dafür ausgelegt, die Infanterie zu unterstützen. Jetzt habe ich mal hier schön mein Wissen rausgehauen. Dabei hatten die Franzosen, glaube ich, den ersten Panzer, der schneller als Infanterie war. Ja, ich weiß. Im ersten Weltkrieg. Ja, das haben sie trotzdem irgendwie. Ich habe das zum Video geschaut, da haben die so gesagt, ja, die Franzosen hatten im ersten Weltkrieg die stärkste Panzerflotte. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Franzosen, die waren bei sowas noch nie führen. Scheinbar aber doch. Ich finde, der Himmel ist geil texturiert in HD. Cool. Jetzt gibt es ja gar ein Halo. Also Halo, wie auch immer man dieses komische Teil da nennt. Nennt man was? Naja, diese Kreise, wenn man auf die Sonne schaut. Keine Ahnung. Naja, ist bei mir nicht. Wow! Gut, dass ich nochmal weggefahren bin. Da unten ist ein Cheeto. Ich bucke gerade. Ich habe einen Ping von 200. Ich habe einen Ping von 11. Picken. Ähm, irgendwer schießt. Ja, warte mal ganz kurz. Mist. Ich habe einen Motor verloren. Ja, das ist schlecht. Und bin gestorben. Oh. Ich fahre so über die Bergkuppe rum. Wupp, Motor weg. Hm. Ja, dumm, ne? Ich fahre über die Bergkuppe und die Artillerie schießt mir fast beide Ketten weg. Hat es aber nicht geschafft. Nur bescheidig. Ja. Und dann hat mir irgendwer von... Hm, kein Durchschlag. Naja, wieso wohl? Ich bin Churchill. Hm. That makes sense. Ja. Ach ja. Hm, jetzt ist aber die Kette weg. Ja. Und jetzt haben wir voll durch. Ja, da hätte ich jetzt meine Kette Ahnert-Reparier brauchen. Na geil. Hast du deine Kette repariert? Hm. Das ist bitter. Dreimal Kredits flöten gegangen. Naja. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man Panzer schrottet, möglichst effektiv? Naja. Also auf jeden Fall, ähm... Man merkt, glaube ich, dass wir erst wieder reinkommen müssen. Ich meine, sonst waren wir auch nicht viel besser, aber so schlecht waren wir auch nicht. Ne, so schlecht waren wir das letzte Mal nicht. Ähm, also doch letztes Mal schon, hehe. Aber das letzte Mal, als wir wieder ordentlich gespielt hatten, nicht. Auf jeden Fall, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf jeden Fall, tschüss und bis zum nächsten Mal.